Apyrus, egal. Okay, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Don't Stop Together, hier mit einer neuen Aufnahmesession und der Ria. Und der Omi, äh, dem Brother. Ja, ich bin zur Oma mutiert. Wir haben ein klein wenig an der Einstellung gedreht, ihr seht das nur oben, wir haben den Tag ein bisschen, ähm, länger gemacht, einfach, weil es im Dunkeln einfach nur abwarten ist und, äh, ja. Und wir haben ein paar Hunde ausgestellt, weil, ihr habt euch selber gesehen, das war ein bisschen, ein bisschen helfen, diese Hunde. Was ist denn hier, wie viele im Gras? Guck mal. Hm? Ah! Das sind diese großen scheiß Bienen, wer ab... Boah, die Bienen, ja, komm mal. Ist das geil, oder was? Der Schluss, würde ich sagen, läuft. Da ist noch eine. Da sind ja nicht viele Bienen, nein. Da sind 3 Stück von denen, mitten im hohen Gras, weißt du? 3 von diesen riesigen Bienenkörben. Mann, ey, diese Welt überrascht mich immer wieder. Das war nur so, du läufst bei mir aus dem Bild raus und dann kommt dieses... Wir sind aber direkt hier Grasland, das ist schon mal gut. Guck mal, hier sind schon mal 4, 5, 6... Boah, guck mal, wie viele Mauswälder hier sind. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, guck mal, hier ist ein anderer Wald. Das sind andere Bäume. Rechts, oder was? Ja. Ich würde sagen, hier ist unser Lager schon. Hier laufen zwei Wege her, da kann man gut immer hochweglaufen und sehr viele Mauswälder halt. Und spinnen rechts oben gleich mal. Das ist ganz gut, wenn wir die Kleinen halten, dann kann man da immer schon spinnen. Ich brauche erstmal Flint für Werkzeug. Das ist jetzt nur Gras. Gras und eine Möhre habe ich. Ich habe zwei Möhren, zwei Beeren. Ah, ich unge jetzt noch mehr Böhren, das ist schon mal gut. Und mehr Böhren. Mehr Böhren. Böhren, 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 in a ring of Bienen. Vielleicht sollten wir da unser Lagerhinbau bei den Bienen. Ähm, dann... Die bauen mir ein bisschen richtig gut aus. Hm. Kommt wahrscheinlich Instant Bombard raus. Naja, vielleicht sollte man die nicht anfassen. Oh, hier ist ein Wurmloch. Nice. Hier oben ist die Welt zu Ende. Hm. Oder vielleicht sollten wir unser Lager irgendwo am Weltende bauen, aber nee, dann haben wir keine Morsellöcher in der Erde. Wir sind ja hier nah genug an der Erde. Oder wie meinst du wegen Schutz vor einer Seite oder was? Ja, ja. Wir müssen den Eingang in unser Lager lassen, also spielt es keine Rolle. Kann man keine Türen bauen? Hm, nicht, dass ich wusste. Ah, da ist Flint. Ich fange jetzt diese neuen Bäume hier, es passiert aber nichts, von daher. Wow, in der Holz hilft alles nichts. Ja, links sind normale Bäume. Ich brauche noch einen Flint. Oh, noch einen Spinn, denkst du, Bombs. Das ist doch gut. Und jetzt sind die auch wichtig, so ist ja nicht... Ja, aber ich möchte nur nicht so nackt, wie ich gerade bin, reinlaufen. Bist du nackt? Oh, da ist noch eins. Bist du nackt? Du wach... Puh. Die Nervensäge. Ich brauche meine Achse kaputt, ich habe leider keinen Flint mehr. Naja, Flint kann ich gleich für sorgen. That's nice. Also, Spitzhack, oder? Ja. Sind wir nach dem Krach ein zweites Flint gefunden. Weil ich habe aus meinem ersten Flint Holz nackt gemacht und... Ja. Ja, ist doch gut aufgeteilt, ne? Wenn man achst, ist jetzt schon kaputt. Schnell geht's. Wo haben wir hier die Steine? Ich habe doch hier schon Steine gesehen. Grasland rechts. So, hier. Papyrus, was mache ich damit? Nix. Wo hast du das denn her? Ja. Die hat doch immer Bücher dabei, schon von Anfang an quasi. Achso. Hier läuft ein Weg durch den finsteren Wald. Lalalala, die Oma, die macht sich kalt. Lalalala, ich brauche Flint, hier gibt es ein Flint. Ah, hier hinten ist... Hier hinten ist Steine. Biet. Definiere, wo ist hier hinten? Rechts. Durch diesen komischen Wald durch. Da sind hier viele Spinnnester, Achtung, Scheiße. Da auch? Ach, du Schande. Und hier liegt aber Gold einfach auf dem Boden rum. Aber Spinnnester vom Feinsten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf oder sowas. Weißt du Bescheid, ja? Das kann nur besser werden. Das ist eine Spinnenplage. Und das sind schon welche auf Stufe zwei. Das heißt, äh... Das heißt, wir müssen die Nester... Oder kommen die dann wieder? Selbst wenn wir sie alle zerstören. Ne, wenn wir sie alle zerstören, geht's. Aber das sind da schon sehr viele, ne? Aber gut, da können wir wenigstens hier gut farmen. Hier liegt natürlich kein Flint rum. Nur ein normales Stein. Und Gold. Ich hab jetzt da schon sechs Gold gleich aufgehoben. Boah, hier sind doch mal... Das ist ja gut für die Science-Maschine. Hier sind noch mal mehr Spinnnester. Hier sind alles voll mit Spinnen. Wollen wir dann nicht doch lieber nach einem anderen Wohnort suchen, wo weniger Spinnen sind? Ach, die sind da rechts von uns. Wenn wir da nicht hingehen, dann passiert ja nichts. Oh, hier liegt Flint rum, Gott sei Dank. Ja, aber links von uns, also links oben, sind ja auch tausend Spinnnester. Hast du dir... Kannst du dir dein eigenes Lagerpfeuer machen, weil ich bin so weit weg von dir? Ja, kann ich. Dann ist alles gut. Äh, kann ich nicht. Weil, dir fehlt was. Ja, ich muss Baum fällen. Ach, die füllt Loks, oder was? Hm. So. So. Haben wir jetzt noch Nacht oder haben wir keine Nacht? Doch, die kommt jetzt dann. Haben wir Dämmerung meine ich, oder keine Dämmerung? Das war die Frage eigentlich, die ich stellen wollte. Ähm. Nein. Oder? Das ist Dämmerung oder ist das Nacht? Das ist Nacht. Direkt Nacht. Aber auch mal schnell mal Lagerfeuer. Dieses Mal, wenn sie die Waffe anzieht, denke ich, es kommt... Es ist wie ein Hundebellen, klingt das. Man weiß gar nicht, wofür man zuerst sorgen soll, oder? Es gibt immer so viele Sachen zu tun. Ja. Mal wieder. Mal wieder. Ja, komm mal, Tag 38. Ich will dir jetzt wetten abschließen, wie lange wirst du diesmal schaffen? Jetzt ist mal wann 37 Tage geschafft. Ach, weiß ich. Aber es war auch Pech, dass wir gleichzeitig gestorben sind, da ist es war. Aber so viele Hunde, ey, so extrem. Hm. War nicht schön. Nup. Aber es könnte die Nacht mal längst wieder rum sein. Das täte mir gefallen. Tut und tun. Gut und getan getäten haben. Also, ich bin der Meinung, wir sollten trotzdem jetzt mal noch nach einem anderen Platz suchen zum Wohnen. Okay. Warum? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja was Besseres. Dann such mal. Ich habe schon die zweite Spielsäcke kaputt gemacht. Mein Gott. Hast du es gehört, oder was? Ich habe eine zweite Spielsäcke kaputt gemacht. Achso, ja, ich auch. I have 21 Steine. Ich habe 40. Wow. Und jetzt 19 Gold. Ich darf nämlich 8 Scheiße. Ich habe 1 Scheiße. Aber ich bin auch mit einem Steingebiet. Du kannst mich gar nicht übertrumpfen hier. Nein, wahrscheinlich nicht. Also, jetzt bin ich ein Stein. Dafür verhungere ich gleich fast. Ich habe natürlich nachts nicht gekocht, sondern einfach weiter Steingeab gearbeitet. Ja, ich habe gekocht. Naja, mache ich nächste Nacht. Naja, ich versuche mal ein Eck zu finden. Oh, ich muss meinen zweiten Platz Gold anfangen. Oh, da ist noch ein Spinnennetz. Dann ist die Welt schon wieder zu Ende. Komm mal lieber zu mir, da ist so viel Spinne. Oh, ich muss schon wieder neue Spielsäcke machen. Ah, nein, geht nicht. Ich habe keinen Stock mehr dabei. Dann haue ich mal hier ab, wa? Hallo, liebe Spinneissi, Spinneissi, Spinneissi. Spinneissi? Spinneissi. Spinneissi? Spinneissi. Alter, tschüss. Ein Vogel geflogen. Also unten links ist zumindest nochmal ein Waldgebet. Warum ist das so viel Gold? Das ist unglaublich. Das ist doch gut für die Maschinen. Ich laufe mal durch das Waldgebiet. So viel Maschinen brauchen wir gar nicht. So, ich bin jetzt in diesen komischen Wald, wo ich angefangen habe zu fallen. Ja, von dem bin ich 45 Grad ungefähr nach links runter. Ich komme von oben rechts. Ja, also am unteren Ende. Also da, wo wir gespawnt sind, eigentlich direkt nach links bin ich jetzt gerade. Nein, ich bin doch hier oben. Ich habe jetzt gerade ein Stück gefunden. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter, als ich ein bisschen Gold kriege. Kann man ja nie genug haben. Finde ich. Ich hätte mir eigentlich eine goldene Spitze gemacht haben können. Mist, verdammt. Ein großer Wald. Dann brauchen wir jetzt mal eine Maschine, ne? Um die Goldwerkzeuge herzustellen. Brauchst du. Das würde ich erst machen, wenn man ein Lager hat. Ja. Was ist das denn für eine komische Welt? Ah, hier ist wieder. Die Welt ist immer komisch. Das haben die Welten so an sich. Oh, hier ist eine Straße. Kommt immer noch an, welchen Gebiet man spawnt. Und dann muss man sich was suchen. Aber hier ist eine Straße mit, geht über die Brücke. Ich bin jetzt voll schon ein Stückchen nach links gelaufen. Aber warum kämpfen wir nicht da, wo wir waren? Da waren noch Morsels, da waren, ähm, Rüffels. Da gefällt's mir nicht. Achso. Ich denke halt, dass wir da auf Dauer nicht so glücklich werden. Ich habe so viel Spinnen. Bin doch hinter dem Wald. Also hier ist auf jeden Fall schon mal, äh, noch kein neues Grasgebiet. Aber das kommt bestimmt. Ich bin noch eine Axt. Ne, habe ich nicht. Da kann ich mir eine neue machen. Hier ist ein Bienenstock. Meist ich finde dich jetzt gleich wieder, ja? Ja, wie gesagt, wenn du von dem Spawnpunkt nach links an der Küste entlangläufst und dann im Wald so leicht runter gehst, da ist eine kleine Brücke über dem Land. Da bin ich lange gegangen. Was, wenn was, wo, wie? Ähm, bist du bei dem Tor? Ach, noch lange nicht. Ja, von da aus nach links. Und dann leicht schräg runter. Da kommt irgendwann eine Brücke. Oh, noch Bienenkörper. Und da ist Grasland. Hier gefällt's mir viel, viel besser. Na dann. Jetzt gucke ich nur, ob ich hier dann schon schöne Mauslöcher finde und dann. Also, ich komme jetzt aus dem Wald raus, ja? Aus dem neuen Wald, oder? Ich bin jetzt bei dieser einen Spinnennetz. Ja, ja, genau, aus dem neuen Wald. Da ist jetzt diese eine Spinnenei da direkt am Rand. Da bin ich gerade. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall musst du das Grasland, wo du bist, runter, wie gesagt, wo das Tor ist, wo wir gespawnt sind, direkt am Rand. Also das komplette Grasland wieder runter, ja? Ziemlich, ja. Ja, okay. Und von dem aus gehst du nach links durch einen weiteren Wald. Und da geht dann irgendwann mal eine Brücke über Land. Nach links weiter. So schönes Grasland hier oben. Schon langgezogen, mit Straßen durch. Ja, hier ist auch ein schönes, großes Grasland mit Straße durch. Und sogar Küste. Ich komme jetzt gerannt. Und Mörsellöcher. Viele Mörsellöcher. Ja, sehr gut. Habe ich noch Scheiße mitzuschneiden. Da sind auch ein paar Dinger da. Oh, die Dinger stöcke rum, die muss ich alle mitnehmen, ich ne? Na. Das einzigste, was ich nicht mitgebracht habe, ist Holz. Liegen Loks hier drum, das nehme ich auch mit, das ziehe ich mir direkt an. Lacker. Das Grasland ist ja riesig. Etwas 80 Steinen. Ah, hier haben wir die Wien nämlich angegriffen haben, okay. Also noch weiter runter. Wo muss ich denn hin? Also ich bin jetzt schon... Die beiden Straßen parallel runterführen. Ja genau. Da kommt eine Querstraße, die soll ich nach links gehen, ja? Ja, du musst auf jeden Fall nach links. Oh, ich sollte was essen. Oh, da sagst du was. Ich bin bei 16. Ah, es reicht noch. Dass ich dich gefunden habe. Nee, das glaube ich nicht. Das ist schlecht, ich habe ihm nichts zu essen. Also jetzt reinge ich nach links die ganze Zeit diese Straße lang. Guck mal, gehst du dich so ins Handenwald, ja? Ist das in Ordnung? Es ist auf jeden Fall links in den Wald, ja. Und an der Oberkante ist mehr. Das weiß ich nicht, benutze ich die Straße. Äh, müsste trotzdem passen. Jetzt komme ich ins Steingebiet. Also eine schmale Brücke über Stein drüber. Ja genau. Und da folgst du der Straße weiter. Mit der Straße, dann mach ich die Wege, sondern die Straße. Die geht dann nach oben führt, ja? Oder was? Ähm, nee, also wenn du auf der Steinbrücke bist, noch so ziemlich nach links. Also dann von der Straße runter auf den Weg wieder. Die Straße ist jetzt die gepflasterte. Das ist auf der Map wahrscheinlich nicht. Nee, sehe ich nicht. Jetzt komme ich auf zu einer großen grünen Fläche. Auf einer großen grünen Fläche. Genau, und da weiter entlang. Ich bin noch sechs rum. Ich mache mir jetzt mal ein Lagerfeuer und camp hier. Und ich kann kein Lagerfeuer machen. Ich versuche mal dich, ich versuche dich zu finden. Naja, für mich noch nicht. Bist du direkt neben mir, oder was? Ja. Ja, sehr gut. Läuft bei uns. Hier ist ein Wumm noch. Das ist ja auch gut. Verschwendung, was ich hier mache mit den ganzen Sachen nicht gesammelt habe. Aber egal. Oh, ich kann nichts mehr sammeln. So, ist ein ganz voll. Ich habe alles gegessen, was ich hatte. Ups. Aua. Ja, die sind ein bisschen weiter rein. Moment, hier gibt es noch Holz. Ja, nehmen wir mit uns. Wegen am Steinkreis. Ich befestigte Lager. Ah, hier ist Gras, okay. Und hier sind auch Mordes oder was? Ja. Weil die sind die Büffel. Ja. Wir müssen noch ein Stückchen nach links laufen, wo halt viele waren. Hier liegt ein Bärenbusch rum. Und eine Leiche. Ah, sehr gut. Was ich gefunden habe. Was denn? Wie benutzt man den? Äh, rechtsklick auf... Genau. Ich glaube, ich mal mit dem Hut rum. Wir müssen uns halt die Büsche und das Zeugs sammeln für das Lager hier. Ja, ist ja normal. Machen wir das immer. Boahst du viele Mordeslöcher? Hier oder was? Hier sind... Ich glaube, das waren die. Aber ich würde auch nicht viel weiter nach links gehen. Ich glaube, hier, wo ich jetzt stehe, ein festes Lager. Ist ja noch ganz gut, oder? Genau. Kannst du schon eine Maschine bauen? Ich kann... Ich kann einen Kompass bauen. Point the way north. Ich brauche mal einen Kompass. Brauche ich jetzt damit? Keine Ahnung. North East? So, baust du uns eine Science-Maschine? Ja, mache ich. Baue sie am besten hierher mir. Sonst sehen wir die Löcher nicht. So, ich stelle mal ein paar Fallen auf. Unsere Versorgung mal ein bisschen herstellen. Eieiei, alles wieder von vorne. Ich habe die Zeit gar nicht im Blick. Ich sehe das gerade gar nicht. Wir überziehen, aber das ist ja wieder Gutmachung für die Kurze. Okay, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.